Ich möchte euch diesen Mann noch vorstellen, da doch einige zum ersten Mal hier sind und ihn vielleicht noch nicht kennen oder seine Biografie noch nicht gelesen haben, vom Buch noch nichts gehört oder gesehen haben. Denn Asher ist, wie man es sieht, messianischer Jude. Man sieht es nicht nur, man spürt, wie dieser Jeschua aus ihm herauskommt. Und das ist nicht nur einfach. Asher ist eine Herausforderung für ganz viele Menschen in seinem Land, aber auch eine Herausforderung in den Nationen. Und er ist ein Diener, der auch besonders in die Nation geht, an ganz viele Brennpunkte in Völkern zu finden ist. Und so habe ich ihn auch vor einigen Jahren kennengelernt, wo wir zusammen in dieser Watchmen-Bewegung sind von David Damien und auch da an diese Brennpunkteherde hingehen, wo es eigentlich nur darum geht, dass ein Remnant, ein Übrigbleibsel von einem Volk Gottes aufsteht, versöhnen zusammenkommt, die Differenzen überwindet, sich auf diesen König aller Könige ausrichtet, seine Ordnungen befolgt, wie er sein Königreich aufbaut und welche Prinzipien von Juden und Heiden und den Nationen sind und dass daraus dann nachher übernatürliche Lösungen fließen, die bis in die Politik hineingehen und in die Veränderung einer Gesellschaft. Und wir haben das ganz vielmals erlebt, dass das nachher auch die Schlagzeilen in den nächsten Tagen geworden sind, was die Heiligen durchgebetet haben, wurden dann nachher in den Medien wiederum verkündet. Warum? Weil ein irdisches Gebiet von einer Autorität sich dieser geistlichen Autorität fügen muss, die durch das Volk Gottes in die Existenz geruft wird. Zu Hause in Israel ist das alles geerdet. Er leitet da verschiedene Gemeinden in Israel, die auch super Leiter haben. Er ist freigesetzt als ein Ältester, der überall hinreisen kann und gleichzeitig noch die Hauptverantwortung hat. Er hat zwei Dienste. Ein Dienst, der sich vor allem für die Wiederherstellung des messianischen Leibes im Land kümmert und eines der Dienste, der nach außen wirkt, apostolisch, international, um die Nationen auch mit diesem messianischen Überbleibsel im Land zu vereinen und da in die Kraft zu bringen. Also für uns ein großes Privileg, Asher, dass du hier bist. Deine Stimme, die wir als eine apostolisch-prophetische Stimme, auch die eines Lehrers, in dir ist auch der Evangelist und in dir ist auch der Hirte, den wir wirklich empfangen. Und da, wo wir so eine Stimme empfangen, bekommen wir auch Lohn und da werden auch unsere Herzenswünsche erfüllt. Das ist ein Verheißen Gottes, das wir gelernt haben. Da, wo wir wirklich empfangen und Jesus in dir und in diesen Personen schätzen und ehren und sagen, diesen Jesus, der soll uns bereichern, er soll Aspekte von uns hervorholen, die wir bis jetzt noch nicht kannten. Wir brauchen dich, wir möchten nicht ohne dich leben, wir möchten nicht ohne dich gehen. Wir müssen diese Familie, diese Wiederherstellung erleben, wenn die Familie Abrahams in Kraft kommen soll, die zum Segen gesetzt ist für die ganze Welt. Und wir danken dir, dass du extra in die Schweiz gekommen bist in deinem Schedule. Zu uns und dass du diese Tage ausgespart hast, uns einfach zu dienen. Wir schätzen es, Asche, dass du nicht mit einer Agenda kommst und nicht mit sagen, was wir alles tun müssen, sondern du kommst, um uns eigentlich die Füße zu waschen, uns wach zu küssen und zu sagen, jetzt ist die Zeit, dass ihr aufsteht. Und zusammen werden wir ein Erbe miteinander bekommen, das schön ist und wunderbar. It's a huge privilege. Thank you so much that you're here. Große Privilegium. Amen. Vielleicht möchte ich mit etwas anfangen vor der Botschaft noch. Wir haben das vielmals erlebt, wenn wir beten, dass die Regierung, auch geschichtlich, die Regierung sich durch Gebet verändern. Und das ist das, was ich da in Bezug genommen habe. Und vielleicht sollten wir auch diese Möglichkeit nehmen heute Abend, dass wir für die Regierung für Israel beten. Wie viele von euch wissen, dass wir keine Regierung mehr haben? Wir haben acht Millionen Leute in unserem Land. Fünfzehn verschiedene politische Parteien. Und Leute und ein Volk, das es liebt zu argumentieren. Und wir müssen eine Mehrheit in diesem Knesset formen, damit überhaupt eine Regierung zustande kommt. Also nur schon zwei Juden zusammenzubringen, die über etwas übereinstimmen, ist so eine Unmöglichkeit. Wie soll es dann mit dem ganzen Knesset noch gehen? Und ich möchte nicht in alle politischen Gründe gehen, warum das nicht möglich ist. Das ist wirklich sehr, sehr schwierig zu erklären. Und eine weitere Gabe und eine andere Berufung, die wir auch als Volk haben. Dass wir irgendetwas, was eigentlich im Grund sehr einfach ist, nehmen können und es unheimlich kompliziert machen können. Aber ich denke, jetzt wird es beiseite. Und Gott hat unsere Situation gebraucht, um uns wirklich zu demütigen. Und das erste Mal habe ich erlebt, dass unsere Politiker ein Stück Weichheit in ihrer Stimme bekommen. Weil sie eigentlich alle ein bisschen betroffen sind, fast beschämt worden sind durch diese Situation. Zwei astreine, lupenreine Wahlen und sie sind immer noch nicht fähig, eine Regierung zu formen. So, vielleicht können wir jetzt noch eine kurze Zeit nehmen, damit wir beten. Für Gottes Recht und gerecht in der Regierung, dass sie sich formt. Und dass diese politische Krise dazu dient, die Herzen der Menschen zu erreichen. Und für all diejenigen, die heute zum ersten Mal hier sind, noch eine Erinnerung. Dass wir in der Kreuzigung und im Kreuz von Christus die Vergebung haben. In seiner Auferstehung haben wir ewiges Leben. Und in seinem Auffahren, in seiner Himmelfahrt, haben wir geistliche Autorität über alle Kräfte und Mächte der unsichtbaren Welt. Und was wir jetzt gerade tun möchten, ist, dass wir das eigentlich in eine Aktion umsetzen. Dass wir das aktivieren. Dass wir eigentlich diese Himmelfahrt mit Jeschua für uns nochmal aktivieren. Und sie sagt, by faith we can be seated with him above the government. Das heißt, durch Glaube kannst du mit Jesus über allen irdischen Regierungen positioniert sein. So, let's just stand up for one moment. Lass uns zusammen aufstehen. Heavenly Father, Himmlischer Vater, wir danken dir, dass in der Kreuzigung von Jesus wir die Vergebung der Sünden wir danken dir, dass in deiner Auferstehung wir haben ewiges Leben. Aber jetzt gerade, Vater, wir empfangen noch mal die Himmelfahrt, Christus, durch diese Himmelfahrt ist uns geistliche Autorität gegeben. Wir haben eine Autorität gegeben über all power and principality, eine Herrschaft über allen Mächten und Kräften der Finsternis, über jede Regierung. Und wir beten für alle Regierungen dieser Welt dass sie anfangen, deinen Willen umzusetzen. Dass der Heilige Geist anfängt, die Herzen dieser Leiter zu lenken. Dass Gott anfängt, diese hinwegzunehmen, die nicht da sein sollen. Dass er anfängt, diese hervorzuholen und ins Licht zu bringen, die dazu bestimmt sind. Und dass Gerechtigkeit in die Regierung hineinkommt. Und wir beten auch für die Regierung hier in der Schweiz. Wir beten für jede Regierung hier in diesen Nationen. Und gerade jetzt wir machen uns eins zusammen für sein Wille, dass er umgesetzt wird. In the government of Israel. Auch in der Regierung in Israel. Father, we're asking you in the name of Yeshua Wir bitten, Vater, im Namen deines Sohnes Jeschua to intervene in the government. Dass du eingreifst in unseren Regierungen. To intervene in the election. Dass du eingreifst in alle Abstimmungen. To intervene in the Knesset. Dass du eingreifst in unserem Knesset. God, give us your government. Vater, gib uns deine Regierung. Your righteousness. Gib uns mehr Gerechtigkeit. Your will be done in the government of Israel. Dass dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Und Vater, wir beten für jeden wiedergeborenen, geisterfüllten Christen um der Welt herum. Dass sie anfangen, für die Regierung in Israel zu beten. Weil diese Regierung repräsent das Königreich Davids hier auf Erden. Es ist die irdische Seite von seinem Königreich. Und wir beten jetzt für den Heiligen Geist. Dass er diese Regierung berührt. Und dass er die Regierung vorbereitet. Für diesen baldigen Tag, der kommen wird. Es ist dieser Yeshua, der kommen wird, um auf diesem Thron Davids einzusitzen. Amen. Amen. Ihr könnt euch wieder setzen. Ich habe eine Anweisung, ich werde mich von meiner Dienstposition und ich habe einen neuen Job als ein Modell. Schaut mich mal an. Was denkt ihr da über meinen Rucksack? Melanie, komm doch nach vorne und erzähl was darüber. Amen. You know, she's coming up. It's so nice to pray for Israel. The Holy Land. The problem is that the people are not holy. And we have some of the worst sexual sin in our country. Und wir haben eine Form der sexuellen Perversion wie kaum wie je zuvor. In fact, all of the homosexual and lesbian movement around the world. Nun, auch die ganze homosexuelle und lesbische Bewegung weltweit. They say that they want to make Tel Aviv and Jerusalem the capital of their movement. Sie sagen, sie wollen Tel Aviv und Jerusalem dass sie so quasi wie das Zentrum, die Hauptstadt dieser Bewegung wird. Und weil unsere Leute wirklich den Yeshua noch nicht erkennen. haben sie sich einfach geöffnet für diese Wellen von Pornografie und dieser Unreinheit. Und Melanie, erzähl euch, was da passiert in einem Bereich, um etwas dem entgegenzusetzen. Melanie. Dankeschön. Ja, hallo zusammen. Ich bin Melanie Renner und ich vertrete Kite Pride, welches ein Social Business ist, aus Tel Aviv. Gegründet aus der Schweiz, von einer Schweizer Familie, welche ein Herzensanliegen hatte, sich gegen Menschenhandel einzusetzen und Arbeitsplätze zu schaffen für Frauen und Männer, die aus diesem Schlamassel aussteigen möchten. Und wir schaffen in Tel Aviv bei Kite Pride Arbeitsplätze für Männer und Frauen, die Opfer waren von Menschenhandel und lernen ihnen nähen, das Nähen von Taschen. Ihr habt gesehen, Escher hat einen Rucksack. Wir haben ganz verschiedene Modelle, die wir mit den Leuten zusammen nähen aus verschiedenen Materialien und bieten ihnen so wie eine Lehre, um einen Wiedereinstieg in die Arbeitswelt zu schaffen. Es gibt Leute, wir essen immer zusammen Mittag. Jeden Tag gibt es frisch zubereitetes Mittagessen. Und es gibt Leute, die das zum ersten Mal in ihrem Leben erleben, am Tisch mit anderen Leuten zusammen zu essen. Das sind alles so kleine Steps, die man sich nicht vorstellen kann, aber wo unsere Leute das erste Mal erleben. Wir möchten den Leuten auch ein Zuhause geben. Wir haben Leute, die von Taubstummenmafias gezwungen wurden, um Geld einzubetteln und die einfach in Schutzhäuser sind. Und bei uns während des Tages ist es das Zuhause. Und in den Schutzhäusern wissen sie nicht, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen. Und wir helfen diesen Menschen, Beziehungen zu knüpfen, Beziehungen aufzubauen, um einen Wiedereinstieg in ein neues Leben zu ermöglichen. Um dieses doch sehr schwere Thema hoffnungsvoll und positiv abzuschliessen. Also wir haben auch einen Stand, ihr dürft auch nachher noch auf mich und es ist noch eine Kollegin mit dabei zukommen, um weitere hoffnungsvolle Geschichten zu hören, wie Jesus uns begegnet, unseren Leuten begegnet. Uns ist es wichtig, dass wir das mit euch teilen können. Kommt unbedingt vorbei, wenn ihr noch weitere Geschichten hören möchtet. Aber eine Geschichte, die ich euch sehr gerne erzählen möchte, ist von einem Mann, der als Kind in die Prostitution gezwungen worden ist, sich als Mädchen zu kleiden und sich so zu verkaufen. Der war ganz am Tiefpunkt in seinem Leben und musste zeitweise das Hundefutter essen, damit er über die Runden kam. Er kam zu uns, zu Kui Pride und entdeckte seine Gabe beim Design der Taschen. Ich liebe seine Taschen. Er hat mir auch ein Pyjama genäht. Der schönste Pyjama, den ich zu Hause habe. Ich glaube, in der Schweiz kann man so etwas Schönes nicht kaufen. Wirklich, er hat so ein Auge auch für die Farben. Und er konnte sich, wir haben auch ein Patenschaftsprogramm, wo man die Leute unterstützen kann. Und er konnte sich durch dieses Programm selbstständig machen und führt jetzt ein eigenes Kleider-Business und verkauft seine Kleider. Also, genau. Amen. Amen. All right. Well, if you have your Bibles, falls ihr eure Bibeln mit habt oder digital, or your digital Bible, I wonder if God has a digital Bible. And if you have the PowerPoint, you can put it up. Und wenn ihr das PowerPoint dann bereit macht. I have a purpose for being here. Ich habe ja eine Absicht, warum ich hier bin. And it's not to teach theology. Und die Absicht ist nicht, dass ich euch Theologie lehre. But it's to do something. Sondern es ist die Absicht, dass wir gemeinsam etwas umsetzen. And what I want to do is to help form a partnership between the church in Switzerland and the messianic remnant in Israel. Because I believe if we can do that, it will result in salvation to Israel. It will result in the fullness of God's glory to the church. And together it will cause an explosion for the kingdom of God. I want to say that again. Ich möchte das noch einmal sagen. This is what we're here for. To form a covenant partnership between the Christians in Switzerland and all the German-speaking world with the messianic remnant in Israel. And if that happens, three things will come. The salvation to Israel. The full glory to the church. The full glory to the church. And an explosion for the kingdom of God. And an explosion for the kingdom of God. That's what we're looking to do. That is what we're looking to do. The place in the Bible that speaks most about this partnership between Israel and the church. is Romans chapter 11. So we're going to go over that briefly today. We'll start in chapter 1. Romans chapter 1 verse 16. Und Römer chapter 1 verse 16. It says this, I am not ashamed of the gospel of Messiah for behold it is the power of God to save everyone who believes to the Jew first and also to the non-Jew. Some people love our nation so much that they think we don't need the gospel. And I want to tell you that's not true. The gospel is first of all to the Jewish people. If there's anybody that needs to hear the gospel it is our people. Now I want you to see here that there's also an order. It says the gospel goes to the Jew first and then to every other nation. This is the order of God. Some people were offended when I taught this as if to say that I'm saying that the Jewish people are better. As if to say that I'm saying that the Jewish people are better. As if to say that I'm saying that the Jewish people that's not what we're saying. But that's not what we're saying. Let me prove that to you. Because in chapter 2 verse 9 it says that the wrath of God comes to the Jew first and then to the non-Jew. So it's not a question of who's better. It's just a question and of the order of God. And Jesus also said that the first will be last and the last will be first. And the last will be first. Every human being and every nation has a place in the order of God. Everyone comes before someone else and after someone else. God has an order that includes everyone. The gospel starts in Jerusalem and goes around the world and ends up back in Jerusalem and ends up back in Jerusalem again. It's God has a place for everyone. Because God has a place for everyone. And all we're doing is recognizing the fact that God has a plan and it has an order to that plan and the order is not because God loves someone more than someone else. Just the opposite. The order is so that every single person will have their time and their place. The order is so that every single person will have their time and every nation will have their time and their place. And everyone has to give to someone else. And everyone has to receive from someone else. It's all part of the plan of God for us to work together. Amen. Let's go on. Let's jump up to chapter 9 Verse 1 and we'll read up to the beginning of verse 4 Verse 1 and then bis zum Anfang vom vierten Vers I'm telling the truth in Messiah I am not lying. My conscience is bearing witness with me in the Holy Spirit. I say the truth in the Holy Spirit. I'm not lying to you. I'm lying to you. I'm lying to you. I'm lying to you. separated from the Messiah for the sake of my brothers for they are my own people my flesh and my bone the people of Israel. I believe this is talking not just about Paul's feelings but about God's feelings he said it's the Holy Spirit bearing witness in me and there is a pain in the heart of God this is a deep thing to understand that God has pain in his heart and we must understand that God Schmerz in his heart it hurts him when his children leave him and betray him it hurts him when every single human being turns away and God has love and pain for every human being and God he empfindet Liebe and Schmerzen für jeden Mensch der hier lebt and when we sin und wenn wir sündigen we hurt God dann verletzen wir Gott we make him sad dann wird da eine Traurigkeit in ihm ausgelöst God has feelings weil Gott ein Gott der Gefühle ist God has more feelings than you have God has noch viel größere Gefühle als du hast he has a million times more feelings than we do and he has pain in his heart a million times more than you do and er hat einen Schmerz in unserem Herzen und zwar millionenfach größeren Schmerzen kann er empfinden als wir empfinden können now here's a secret nun hier ist das Geheimnis Jesus Jesus is both God er ist Gott and man und Mensch zugleich and as God he loves everyone und als Gott liebt er alle but as a man he has a family and he's hurting for every human being but he's also hurting for his own family aber er empfindet auch Schmerzen in Bezug auf seine eigene Familie wouldn't you like to see everyone saved wouldn't you like to see everyone wouldn't you like to see everyone wouldn't that be wonderful but don't you have a special desire for your own family hast du nicht eine ganz spezielle Sehnsucht für deine Familie and that's what we that's what we want to understand the heart of Jesus and that's what we want to understand he loves everybody he loves everybody he loves everybody God so loved the world for God so loved the world but he's also a man but he's also a man he has brothers and sisters he cares about his family members and he cares about his family members and think how he must feel and so wie wir das für unsere Familie empfinden dass sein Name in der ganzen Welt gepredigt wird and his own relatives are rejecting him and his own relatives are rejecting him don't you want to feel what Jesus feels you don't know what Jesus feels if you don't feel his pain for his own people and you don't know what Jesus feels if you don't feel his pain den er in Bezug auf sein Volk hat and when you begin to pray for the Jewish people and when du anfängst für diese jüdischen Menschen zu beten you will begin to feel the heart of God then wirst du anfangen das Herz Gottes zu spüren das Herz von Jesus that God became a man und weil Gott dieser Gott Mensch wurde und dieser Mensch hat unter uns gewohnt und er hat es zugelassen dass er menschliche Gefühle hatte und wenn du das noch nicht weißt dass Jesus ein zerbrochenes Herz hat weil die eigene Familie ihn ablehnt dann weißt du jetzt noch nicht um die Fülle vom Herzen Christi denn ich möchte dich fragen um Jesu Willen wenn ich das so sagen soll für das du etwas von diesem Herzen von Liebe sowohl auch des Schmerzens empfinden kannst Schmerzen und zwar für das jüdische Volk weil Gott alles und Jesus jeden gleich wie sie liebt aber Jesus hat menschliche Gefühle und er hat auch eine menschliche Familie lasst uns weitergehen also wenn du das verstehst oder hast dann möchtest du auch anfangen darüber zu beten es ist sehr einfach und Römer Kapitel 10 und zwar dem ersten Vers Vers 1 Ihr Brüder der Wunsch meines Herzens und mein Gebet zu Gott für sie ist dass sie gerettet werden und so wie alle anderen Völker unser Volk braucht Errettung und nun was kümmert uns wenn wir gut in der Wissenschaft oder im Hightech sind und dann gehen wir in die Hölle und was kümmert uns wenn wir gut im Business gründen sind und dann sterben sie und sind für immer verloren und auch wenn unsere Armee groß und stark ist was kümmert es uns und dann sterben sie und gehen in die Hölle wir müssen für unser Volk beten dass sie errettet werden wir wollen für alle beten dass sie errettet werden aber warum ist das so in der Bibel es muss deswegen sein dass unsere Gebete für Menschen dass sie errettet werden dass sie wirklich dass es ihnen hilft dass sie errettet werden denk mal darüber nach warum bitte Gott euch oder sag Gott dass ihr eigentlich beten sollt dass Menschen errettet werden und es gibt etwas eine Dynamik wird freigesetzt wenn du für jemanden betest dass der Heilige Geist anfangen kann in den Herzen zu arbeiten dass Engel da sind und anfangen ihn ein bisschen zu schubsen und Gott fängt an die Richtung in die Wahrheit zu ziehen und wenn du anfängst für Leute zu beten dass sie Jesus erkennen das hilft wirklich es hilft dass sie errettet werden also betet für alle die erkennt aber vergisst nicht also für das jüdische Volk dass sie errettet werden das ist eine strategische Wichtigkeit nicht weil das jüdische Volk besser ist sondern es gibt eine spezielle dämonische Attacke um unser Volk von Jesus fernzuhalten und so brauchen wir noch zusätzliches Gebet damit unser Volk wirklich errettet wird und ich möchte das sagen als jemand der sich schon 40 Jahre einsetzt in meinem Volk und ihnen das Evangelium verkündet ich möchte euch sagen wir brauchen euer Gebet es gibt etwas was hart geworden ist in unseren Herzen und es gibt dämonische Kräfte die sich aufgemacht haben die blockieren dass unser Volk zur Kenntnis kommt und hört das an ich höre das wie der Heilige Geist sagt das eine der Gründe dass der Teufel so Überzeit leistet damit das Volk von Israel ihn nicht erkennt Jesus ist dass er das Herz Gottes ihm Schmerzen zu bereiten er möchte das bewusst um auch die Gefühle von Jesus zu verletzen weil der Teufel hasst Jesus und er möchte ihn verletzen und die Art und Weise wie er Jesus wehtun möchte ist dass er seine Familie anlügt um diese Familie von ihm wegzuhalten und die Familie abzuhalten ihm zu vertrauen und ich möchte sagen Gott sei Dank gibt es Menschen die für mich beten ich kann mir heute nicht vorstellen wie ich sonst zum Glauben gekommen wäre für diejenigen die mich kennen ich bin in einer jüdischen Familie aufgewachsen bin zur Synagoge gegangen als ich aufgewachsen bin ich bin ein guter Student gewesen bin in die Harvard Universität habe ich besucht und als ich da hingegangen bin habe ich angefangen Fragen in mir zu entwickeln warum bin ich überhaupt hier warum bin ich am Leben was ist überhaupt der Sinn des Lebens habe ich angefangen Philosophie in Harvard zu studieren und selbstverständlich wenn man Philosophie in Harvard studiert wird man ganz sicher zu diesem Schluss kommen was der Sinn des Lebens ist und ich habe eine großartige Lektion gelernt und das ist folgende dass eigentlich Universitäten Professoren auch in Harvard überhaupt keine Ahnung haben für den Sinn des Lebens und ich fing an verzweifelt zu werden über den Sinn des Lebens die Wahrheit zu erkennen und ich konnte es nicht finden und ich habe alles gesucht in allem und auch in allen falschen Bereichen habe ich gesucht und es war aber nur eine einzige Sache die ich nie untersucht habe und das war Jesus warum ich weiß es nicht weil jüdische Leute einfach nicht in Jesus glauben und nachdem ich abgeschlossen habe habe ich immer noch nach dieser Wahrheit Ausschau gehalten und jemand hat mich angesprochen und gesagt du eigentlich brauchst du Jesus und ich sagte na das ist überhaupt nicht möglich und die Person hat gesagt du müsst ehrlich sein dass du ein wenig anfängst in der Bibel zu lesen nun ich war total überzeugt da gibt es nichts dazu zu aber nur um sicher zu sein dass nichts sicheres da drin war habe ich so ein bisschen angefangen im Evangelium von Johannes zu lesen und ich konnte nicht mal durch die erste Seite durchlesen und ich musste sagen da ist mehr Wahrheit drin in einer Minute die ich da entdeckt habe als in meinem ganzen bisherigen Leben und ich danke meinen Gott dass Menschen für mich gebetet haben ich weiß nicht wer sie waren und ich weiß nicht wo sie waren aber ich weiß jemand hat für mich gebetet weil ich so verloren war es gab überhaupt keinen Weg für mich einen Ausgang zu finden es war eine unsichtbare Hand die mich geführt hat und ich möchte auch heute sagen wenn irgendjemand hier ist und du bist nicht sicher dass wirklich Jesus der Weg die Wahrheit und das Leben ist ich möchte das Privileg haben für dich zu beten weil ich weiß das ist die Wahrheit und was macht das den Unterschied aus du musst die Wahrheit wollen wisst ihr dass es Leute gibt die nicht die Wahrheit wollen ich weiß noch gerade nachdem ich errettet worden war und da habe ich mit einem von meinen Harvard Freunden diskutiert mit ihnen gesprochen und ich habe gesagt könnt ihr euch erinnern als wir zusammen nach der Wahrheit gesucht haben habe ich ihnen gesagt nun habe ich die Wahrheit gefunden es ist Jesus und sie haben gesagt wir sind wirklich nicht interessiert warum nicht seid ihr nicht daran nach der Wahrheit zu suchen und sie haben gesagt nein wir suchen gar nicht nach der Wahrheit gesucht und sie sagten nein du hast nach der Wahrheit gesucht wir sind einfach an die Uni gegangen und das ist der Unterschied es ist völlig egal wer hier sitzt heute wenn du wirklich die Wahrheit in deinem Herzen möchtest dann wirst du sie finden aber du kannst neben einem Nachbarn sitzen in der Stuhl rein und du kannst sogar gleich oder ähnlich ausschauen und du kannst auch die gleichen Worte hören aber die eine Person hat Sehnsucht diese Wahrheit zu entdecken und die andere ist völlig egal und ich möchte für diejenigen die wirklich den Wunsch haben den zu finden diejenigen die wirklich wissen wollen let's go on to chapter 10 verse 9 und in Kapitel 10 verse 9 well how do you get saved wie können wir denn errettet werden oh it's so simple oh das ist doch so einfach or is it wirklich chapter 10 verse 9 nun lass uns schauen Kapitel 10 verse 9 he said if you confess with your mouth that Yeshua is Lord and you believe in your heart that God raised him from the dead you will be saved all you have to do is say Jesus is Lord the word in Greek there is Kyrios and the word Kyrios means Adon Lord but it also means Adonai God the Lord it means Herr and Herr Gott now the only problem with this is you can't just say it from the lips out you have to mean it you have to make Jesus the Lord of your life you know I didn't understand any Christian theology I understand that there are some people that have an argument can can receive Jesus as Savior without receiving him as Lord can man Jesus as a Retter an name but not Jesus as Herrn that's a deep theological question I want to tell you the answer to it the answer is no how clear does it have to be the way you get saved is by making him Lord now that's a difficult theological concept what does that mean that he's the Lord here's the theological answer you do what he tells you to do you do what he tells you to do they said don't call me Lord and don't do what I tell you to do so the moment of salvation is not when you go to church but when you cross a line you make a quality decision that Jesus is the Lord and you will do whatever he says for the rest of your life hallelujah amen amen well I had a little problem with that I'm I'm really embarrassed to say this I'm a little embarrassed to say I search for the truth I'm so sincere you know what I mean I search for the truth I found the truth I have the truth it's Jesus it's Jesus I believed in Jesus I love you Jesus I love you Jesus I believe in you but I mean I have to do what you tell me to do but must I really do what you tell me to do what you tell me to do well what that means I may not get to do all the things that I like to do that can I then that do what I actually do what I'm doing something wrong and I like it and I don't want to stop doing it and I I love you Jesus I love you Jesus but don't talk to me about that but don't talk to me about that but don't talk to me from the time that I came I know I'm totally embarrassed from the time that I came to believe in Jesus and love him it took me a year and a half it took me a year and a half to make that decision that I will do whatever you tell me to do for the rest of my life that I will do whatever you tell me to do for the rest of my life and in that moment I totally changed and all the time before that I didn't change well I'm a little embarrassed but maybe somebody here should be a little embarrassed but maybe somebody here should be a little embarrassed vielleicht sollte es dir auch ein bisschen peinlich sein oh Jesus I love you oh Jesus ich liebe dich the braut in 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 the braut and you think why aren't you doing what I tell you to do and maybe there's someone here today and maybe there's someone here today that you do love Jesus and there's something in your life that you haven't settled the issue that he has to be the Lord period no questions asked and I want to pray for you too alright now let's go ahead let's jump up to Romans chapter 11 now Romans chapter 11 now this is where we start this partnership between Jew and Gentile and it says this in verse 5 so is nun auch in der jetzigen Zeit ein Rest gemäß der Auswahl von Seiten der Gnade zustande gekommen what an amazing thing was für eine wunderbare Sache today also heute ebenfalls there is a remnant of messianic Jews da gibt es einen Rest von diesen messianischen Jews weniger als 1% of the people of Israel weniger als 1% der Bevölkerung in Israel aber wir sind da we exist wir existieren there is a remnant today es gibt einen Überrest und Paul says what is God's plan for Israel und Paulus fragt sich da was ist Gottes Plan mit Israel you got to admit it looks a little strange und für einen Moment schaut das ein bisschen komisch aus if Jesus is the Lord wenn Jesus doch Herr ist then how come Israel isn't following him warum folgt ihm dann Israel nicht that seems to be a big contradiction in the plan of God das scheint doch irgendwo ein Konflikt zu sein in diesem Plan Gottes und was ist Paulus' Antwort und was ist Paulus' Antwort he said if you want to understand God's destiny for Israel und er sagt wenn du wirklich die Bestimmung von dem Volk Israel verstehen möchtest you must look at the remnant dann musst du an diesen musst du deine Augen auf den Überbleibsel heften the remnant of Israel is the key to the nation of Israel weil der Rest der Überrest in Israel hat den Schlüssel für den Rest des Volkes the messianic remnant of Israel dieser messianische Überrest in Israel even though it's less than 1% auch wenn er weniger als 1% is the key to the plan of God for Israel es ist der key für den Rest von Israel und darum ist es so wichtig um für diesen Überbleibsel zu beten und wenn wir sagen betet für die Errettung von Israel dann ist dieser 1% Überrest ist das quasi das Werkzeug um den Rest zu erreichen I cannot imagine anything more important than for you to pray for the messianic remnant of Israel als dass ihr für den messianischen Überbleibsel wirklich betet let me ask that in another way und ich möchte das vielleicht noch in einen anderen Kontext bitten please bitte please bitte you cannot imagine ihr könnt euch das nicht vorstellen the spiritual attacks that this group of people is under messianic it's so weird it's so so schreck so demonic every one of them is under tremendous spiritual attack they're barely making it and I want to ask you please pray for this messianic remnant because this is a strategic element in the plan of God and the devil knows that and he's doing everything he can to destroy this remnant um diesen Überbleibsel zu zerstören I realize he's also attacking every true believer and so is it auch every Christian even in Switzerland and so and so and so in the Switzerland everyone is under attack but there's something so evil about this attack and we don't know what we're doing he realized that none of us came from families of believers we don't know what we're doing we don't know what we're doing and we need your prayers and we need your help please pray for the messianic Jewish community I remember when I read the Bible the first time and I remember when I read the Bible the first time I had what I call the great surprise second surprise and then I said wait a minute everybody in the gospel is Jewish how can that be the good people the bad people they're all Jewish Jesus is Jewish the disciples are Jewish the messiahs the messiahs is Jewish Paul and Peter and John they're all Jewish and Paulus and Petrus alle sind jüdisch I don't understand I thought Jewish people don't believe in Jesus and I thought that the Christians are all non-Jewish and that the Christians are all non-Jewish and how come everybody the new testament is Jewish and how can it say that the new testament and we all had the same experience nobody ever had this experience like me I'm sure no other Jewish person has ever believed in Jesus I was in the mountains of Guatemala when it happened to me and little by little we began to find one another and we said what's going on and all of a sudden we realized that who we were as a group of people as a group of people was a change in history it was a change in the history of Christianity it was a change in the history of Christianity it was a change in the history of Judaism it was a change in the history of Judaism listen to this none of us intended to do that we just fell in love with Jesus somehow and said now what do we do and we found ourselves in this no man's land and then we found ourselves in this no man's land between Judaism and Christianity between Judaism and Christianity sort of a religious schizophrenia so eigentlich wie so in einer religiöse Schizophrenie but when we realized that we had accidentally come into this place and then we realized that we had accidentally come into this place where we were a bridge between the church of Jesus Christ and the people of Israel and that we between this church of Jesus Christ and the people of Israel in both directions and the more we read the Bible and the more we read the Bible we said well this group of people is going to be a bridge between these between Israel and the church and the mere fact that we're here ist ein Wunder an sich. Es muss eine Explosion zur Folge haben. Es ist eine Veränderung in der Geschichte. Es repräsentiert eine Veränderung in der Kirchengeschichte. Es repräsentiert eine Veränderung in der Geschichte von Israel. Wir sind die Gemeinde, die nach Israel kommt und wir sind Israel, die in die Gemeinde kommt. Wie sind wir überhaupt hier angelangt? Das ist genau, wie wir uns fühlen. Das ist dieser Überbleibsel. Und ich bin nur einer von ihnen. Einer von vielen. Aber ich bin hier heute da. Und ich bin da, um euch zu fragen, können wir da in eine Partnerschaft eingehen? Denn wenn da eine wahre Partnerschaft besteht, dann werden drei Sachen passieren. Israel wird errettet werden. Und die Gemeinde wird die Fülle Gottes erleben. Und es wird eine Explosion des Reiches Gottes geben. Und ich möchte ganz kurz noch diese drei Punkte ausleuchten. I'm losing my... What is that? All right. Well, I don't need it. Let's go on then to verse 25. Und ich möchte kurz nach Vers 25 möchte ich weitergehen. Romans 11, 25. 11, 25. Now in this verse Und in diesem Vers folgendes We find a phrase called the fullness of the Gentiles. Werdet ihr einen Satz über die Vollzahl der Heiden hören. Vers 25. And I'll try to be to the point here, but let's remember we want to do three things. Ich möchte gern sehr pointiert sein, aber es geht um diese drei. The fullness of the church an explosion for the kingdom of God. Oh, you have it here for me. Great. So it says the first thing that happens is the fullness of the church. Und das eine ist wirklich diese fullness, diese Fülle Gottes der Gemeinde. Do you realize that the fact that I'm here to talk to you not because of who I am, but because of God's plan means this is an opportunity for the church of Switzerland to come to your fullness. Für die Gemeinde von der Schweiz mehr in die Fülle zu kommen. If messianische Jews from Israel have come to talk to you in Switzerland, und wenn die messianischen Brüder und Schwestern treuge kommen, um euch zu sprechen, ist es Zeit für euch in die Fülle zu kommen. Here's what it says, Romans 11, 25. And then he wrote I do not want you to be ignorant brothers of this mystery lest you would be wise in your own eyes that hardness of heart has taken hold of Israel in part until the fullness of the Gentiles comes in. Ich will euch, nämlich, ihr Brüder, über dieses Geheimnis nicht in Unkenntnis lassen, damit ihr nicht euch selbst klug dünkt, dass über Israel einen Teil nach Verstockung gekommen ist, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen sein wird. Some translations say the full number of the Gentiles comes in. Und einige sagen eben die volle Zahl, ja. The word number is not in there. Aber Zahl so ist so nicht im Grundtext nicht vorhanden. If you have the word number in there, cross it out. In Greek this is pleroma ethnos. Pleroma means like when you fill up a cup. Das ist in die symbolischen wie wenn du einen Becher füllst. Und dieser Becher füllt sich langsam, der Pegel füllt sich. Und ethnos is an ethnisch group. Und ethnos, klar, das ist diese ethnische Gruppierung. I just want to say that the word in Hebrew is goi. And unfortunately we have poisoned that word. Listen how you can say that in Hebrew. Listen to me say that in Hebrew. There's two ways to say it. Es gibt zwei Arten wie ich das in Hebräisch sagen kann. The correct way to say it is goyim. Goyim ist die korrekte Art und Weise. That means the nations of this world. The way we say it is goyim. which means the pagans, the Gentiles. I'm sorry, that's just racial pride on our part. It's sin. It's racism. And I want to say to you, I am sorry and I repent as a Jew that we have turned the ethnic groups of the world to be a despised thing. I repent of that and I pray for God to break that. And we're coming here to reverse that curse. To reverse that curse. And we're not calling you goyim. We're calling you goyim. We're not calling you Gentiles. We're calling you the ethnic groups of God. And you are to come to your fullness. Fullness of your destiny. of your glory, of your unity, a course of evangelism and of your numbers. Numbers is part of it. But it's all the purpose of God for your nation. God wants you to come to your fullness. I want you to come to your fullness. I am here to pray for you. The church of Switzerland. The church of the German-speaking people. That you would come to your fullness. in euch freigesetzt wird. We want you to come to your fullness. We need you to come to your fullness. Und nicht so das. Wir brauchen, dass ihr in die Fülle kommt. We want you to come to the full destiny of God. Und wir möchten, dass ihr in die volle Bestimmung und Absicht in Gottes kommt. Und wir brauchen, dass ihr in die volle Bestimmung hineinkommt. And we're here to serve you and lift you up. Und wir sind da, um euch zu dienen und euch aufzuheben. Und wir segnen euch. Wir segnen euch. Wir segnen euch. Und wir spreten für euch. Und wir möchten euch aufheben. Come to your destiny. Come to your glory. Come to your fullness. Come in eure Fülle hinein. Come into all the destiny that God has for you. Let's just do that for a minute. Let me just stand up for a moment here. I bless you in the name of Jesus. as just one person of the messianic remnant of Israel. I bless you the church of Switzerland. The church of the German-speaking people. I bless you. Come to your fullness. Come to your glory. Come to your destiny. Come to your destiny. Come to your destiny. Come to your destiny. Come to all the things that God wants for you. Come in alles hinein, was God for you vorbereitet hat. We bless you and we segnen euch in the name of Jesus. Im Namen Jesu. I pray with you and I bete mit euch to break every curse off of the church of Switzerland. in every place. the curse is over. We bless you. We break the curse. We pray to break the attack of the devil off of your people. And we say, come on. We want you to be blessed. We want you to be victorious. We want you to be strong. We want you to be glorious. We want you to be glorious. We want you to fulfill your destiny in Jesus. And if you would grant me the grace for just one moment to help you would you allow me to command you to do that? in the name of Jesus. By his grace. As a friend who loves you. As a Jew. As a messianic Jew from Israel. I command you rise up. Take your destiny. Receive your fullness. Come on. Be strong. Be glorious. Be unified. Be unified. Fulfill your destiny. We want you. We want you. We need you. In love and humility. I command you to be all of the things that God has destined for you to be. We need you. Israel needs you. Europe needs you. Rise up. Take your fullness. Take your fullness. Take your destiny. and your place and your destiny in the name of Yeshua. Amen. How you can be seated. Now, I just want to ask you that you can put that back up there. I want to tell you I don't think this was arrogance on my part. This is the timing of God. Because it says here in verse 25 you come to your fullness at the same time you have a revelation about Israel and at the same time you come into a relationship with the messianic Jews. We're part of God's plan. It's when you get to us it's like we're holding a little envelope and this is a secret message and this is a secret message a secret message you know one of those games where people are running to find a million dollars so this game and they come to somebody and say here's your next clue so quasi you open up and say you found the messianic Jews and that means it's the time of your fullness Romans 11 25 when you make a connection with the messianic Jews it's the time of the play Roma ethnos it's the fold in the Gentiles we're not making it happen God's making it happen we're just like a street sign hello you made it to here it's the time of your fullness hello did you find us that means God's gonna bless you with your fullness hallelujah amen and if when you come to your fullness you'll pray for us and when you pray for us what will happen verse 26 and it says this and so all Israel will be saved let's look at that what causes Israel to be saved the fullness of the Gentiles brings about the salvation of Israel we can't do it ourselves it comes because of you it says here does it say and all Israel will be saved look at your bible does it say all Israel will be saved let me ask you look at it tell me does it say all Israel will be saved Lilo does it say all Israel will be saved no it doesn't look at it again look at the verse does it say all Israel will be saved no it doesn't look at it read it what does it say read it to me wait a minute there's a word before it says that all Israel will be saved it says and so and so it doesn't say that all Israel will be saved it says and so all Israel will be saved this is not a promise that Israel will be saved it's a promise that when the Gentiles come to their fullness and get a revelation about Israel and then pray for Israel and so then all Israel will be saved this is not an independent clause it's a dependent clause Israel's salvation is dependent on the fullness of the Gentiles even if I didn't love you I still want you to come to your fullness because if you don't come to your fullness my people are going to go to hell the Gentiles come to their fullness they get a revelation about Israel they begin to love and pray and share the love of Jesus with our people and then all Israel will be saved so simple it's just one problem it takes a little humility it takes a little humility on both sides it takes humility for the German speaking church you say what there's something special in the plan of God about the Jewish people that takes humility and what about us Jewish people are you trying to tell me that the German speaking people know something about our Messiah that we don't know and if I don't humble myself if I don't humble myself and listen to what the German speaking Christians have to tell me I won't have eternal life what do they have to tell me humble yourself it's a two way street and we both have to humble ourselves it's that easy all we have to do is humble ourselves from our racial pride that shouldn't be a big problem I'm sure that should be a big problem and then we'll pray the last verse is this it happens twice Romans 11 verse 12 and 15 and that is the result if we come into this partnership you will come to your fullness we will be saved and then we will cooperate together and what will happen an explosion for the kingdom of God here's what it says in verse 12 verse 12 that's the wrong it's that's the wrong verse it says it says and if there being cast away was the reconciliation of the world what will their fullness be but life from the dead I think that might be verse 15 let's just read that again because I didn't do it what will happen when Israel comes to salvation the Gentiles come to their fullness and we begin to cooperate together verse 12 and verse 15 read them together in German und ich möchte euch das zusammen lesen vers 12 heißt es wenn aber ihre verfehlung der reichtum der welt geworden ist und ihr fernbleiben der reichtum der heiden wie viel mehr dann eins wir vollzähliges eingehen und jetzt nochmal 15 denn wenn ihre verwerfung die versöhnung der welt geworden ist was wird ihre annahme anderes sein als leben aus den toten also wenn wir in diese partnerschaft eingehen können dann wird etwas anderes noch zusätzlich passieren nicht nur die Gemeinde wird in die Fülle kommen nicht nur Errettung von Israel aber wenn Israel und die Gemeinde zusammen kommen dann wird etwas zusätzliches passieren und ich möchte es so ausdrücken wenn ein Mann und eine Frau zusammen kommen dann kann ein Kind hervorkommen und wenn du einen Mann und eine Frau zusammentust es ist nicht einfach Mann und Frau dann wird eine dritte Sache passieren und nämlich etwas zusätzliches ist der Mann es ist nicht der Mann es ist nicht nur Mann und Frau zusammen und zwar Mann und Frau produzieren gemeinsam etwas Neues und im Gegensatz zu was einige Leute heute sagen ein Mann kann ohne eine Frau kein Baby produzieren und eine Frau kann ohne Mann kein Baby produzieren und etwas anderes ist mehr als der Mann und mehr als Frau das ist was wir call Synergie wenn du zwei untergegensätzliche Dinge zusammentust können sie etwas produzieren was mehr bedeutet oder mehr ist als diese einzelnen Teile diese zwei Sachen, diese eine Sachen produzieren mehr Kraft mehr Energie, mehr Kraft und was passiert, wenn Israel und die Kirche zusammenkommen das ist nämlich die Erweckung die Auferstehung Leben aus den Toten das Königreich Gottes das ist nicht das Ende des Planes Gottes Israel ist nicht das Ende des Planes Gottes und die Gemeinde Christi ist nicht das Ende des Planes Gottes wenn wir zusammenkommen we will invite Jesus to come back lassen wir und heißen Jesus zurück will kommen that dead will be raised und die Toten werden auferstehen und das Königreich Gottes wird auf Erden kommen here is my mathematics Israel plus the church equals the kingdom of God Israel plus the church equals the kingdom of God Israel cannot bring the kingdom of God without the church the church can't bring the kingdom of God without Israel und Israel kann das Königreich Gottes nicht ohne die Gemeinde und die Gemeinde kann das Königreich Gottes nicht ohne die Israel bringen aber wenn da eine Heirat stattfindet wenn wir eine Bündnisbeziehung miteinander haben dann wird eine Synergie freigesetzt die eine Erweckung freisetzt eine Wiederherstellung freisetzt die die Toten aufstehen lässt die das zweite Kommen Jesu fördert und das Reich Gottes auf die Erde bringt I know that sounds crazy but that's why I'm here that's why you're here because we've seen something in the plan of God and if we can cooperate together we can bring the kingdom of God last thought and then I'll pray for you und letzter Gedanke dann werde ich für euch beten why do we have to be together warum müssen wir zusammen sein because we have to invite Jesus to come back together weil wir zusammen Jesus einladen müssen zurückzukommen why do we have to do it together warum müssen wir es zusammen tun because Jesus weil Jesus is the head of the church is der Kopf das Haupt der Gemeinde und er ist auch der König der Juden der König von Israel he is the head of the church and the king of Israel ist das Haupt der Gemeinde und der König von Israel Haupt der Gemeinde der König der Israel Amen und so haben wir das Wort zusammen und so braucht das jüdische Volk ihr habt diese Bilder gesehen Mashiach, Mashiach, Mashiach it's not gonna work folks nun, das wird nicht funktionieren it's not gonna work es wird nicht funktionieren our jewish religious zeal is not gonna bring it unsere jüdische religiöse eifer wird dieses Reich nicht bringen we have to humble ourselves and find out that it's Jesus wir müssen uns demjenigen herausfinden dass es nur Jesus ist oh gewalt wach ohne without ohne ohne power you know what oh gewalt is I thought that was from Germany you mean you mean that oh my goodness you mean that that Jesus that the Christians knew about all that time instead of saying we have to say oi 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 is that is that gonna work but and for you the German speaking church you can do all your Uber in there but it's not gonna work ihr könnt alles mit den Uberwindern machen aber es wird nicht funktionieren the craft and the Uberwind it's not gonna work aber ihr alleine nur überwinden das wird nicht funktionieren and we can roar all we want like a lion und wir können brüllen wie wir wollen wie ein Löwe aber wir brauchen auch den Löwe aus dem Stamme Judah und wenn wir zusammenkommen we put it together dann wird etwas zusammengefügt und wir sagen Jesus you are the head of the church du bist das Haupt der Gemeinde du bist der King von Israel denn er kommt und seine ganze Autorität und Kraft ist freigesetzt und du nimmst diese Strömung diese Spannung zusammen von positiv und negativ you know how electricity works you put the positive and the positive together is there gonna be any power und wenn du dem positiven mit dem positiven pol da wird keine Kraft hergestellt und die beiden minuspole passiert auch nichts no but when you connect them aber wenn du minus und plus zusammen verbindest und wenn du die miteinander verbindest dann wird Strom und Elektrizität freigesetzt und so ist es auch im Reich Gottes um wirkliche wahre Kraft des Reiches freizust also ich habe euch doch noch einiges an Informationen gegeben aber ich möchte dass wir zusammen etwas aufbauen können ich möchte dass die Gemeinde in der Schweiz ich möchte auch die Schleife ich möchte dass das eine Basis sein kann dass es eine Basis sein kann von diesem Plan Gottes von der doppelten Wiederherstellung in diesem Reich von einer Partnerschaft zwischen den Swiss-Christians und den messianischen Überplatz in Israel und wenn wir das tun dann wird etwas Größeres sein Größer als wir selber Größer als du selber Größer sogar als wir zusammen es wird etwas explodieren in einer Synergie und ich möchte jetzt für dich beten wollen wir zusammen aufstehen ich möchte dass wir wirklich wie so einen praktischen Beschluss fassen können das ist der Plan Gottes um das Reich Gottes hier auf Erden zu bringen und wir bauen an diesem Reich sehr bewusst und wenn du jetzt stehst ich möchte dass du dich wie als Freiwilliger meldest um in diese Partnerschaft einzutreten und ich möchte meine Hand ausstrecken zu euch nur als einer der einzigen messianische Juden und wenn du in diese Partnerschaft eintreten möchtest dann bitte ich deine Hände zu heben und ich möchte meine Hand hier mit Andreas zusammenhalten und himmlischer Vater wir stehen zusammen wir brauchen keinen Bundesbeschluss jetzt machen wir sind schon jetzt in einem Bundesbeschluss weil Jeschua unser Herr ist und wenn wir einen Bund mit ihm haben dann haben wir auch einen Bund mit und zueinander aber Gott wir stellen uns auf diesen Beschluss wir möchten zusammen eintreten darin eintreten zusammen und wir möchten zusammen in diese Berufung eintreten und wir glauben dass jetzt die Zeit ist für die Fülle der Heil für die Errettung von Israel und für unsere gemeinsame Kooperation zusammen und wir bitten dass du diesen Bund jetzt anschaut schau diese Partnerschaft an schau diese Liebe an und wir bitten sende deine Erweckung bring deine Herrlichkeit bring deine Auferstehung bring die Wiederkunft Christi bring den See Christi über den Teufel bring dein Reich Gottes hier auf Erden und wir legen unsere Schlüssel zusammen und wir sehen dieses Reich des Himmels es ist wie eine riesige Schatzkammer und es braucht zwei Schlüssel damit diese Schatzkammer geöffnet den Schlüssel der Gemeinde aus den Nationen und der Schlüssel aus Israel und wir möchten diesen doppelten Schlüssel aufhalten um diese Türe des Himmels aufzuschließen um einen Segen freizusetzen ein Segen der nicht gezählt werden kann und wir bitten dass die Himmel sich jetzt öffnen und dass sie auf diese Erde sich ergießen durch die Liebe Jesus durch die Weisheit Gottes durch die Kraft Gottes und durch das Feuer des Heiligen Geistes Halleluja und wir beten dass du das freisetzt Gott für die Menschlichkeit Gottes für diese Menschheit wir bitten für Legionen und Engel dass die Engel sie freisetzen für das Feuer Gottes und wir bitten für die Erweckung Gottes hier auf Erden und wir sagen wir positionieren uns nicht für eine Stunde sondern für eine lebenslange Verbindung um zusammen zu arbeiten um zusammen zu beten um zusammen diese Erleichterung zu erfahren und zusammen sie zu erfahren und zu empfangen Halleluja seid ihr einverstanden Halleluja 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 und ich möchte einen Moment noch nehmen heute Abend wenn du hier bist und du bist ein Suchender und du bist hierher gekommen weil du das gewusst hast nicht weil du schon alles weißt sondern weil du ein Fragender ein Fragender bist und ich möchte dass du es weißt jemand wird für dich beten dann möchte ich für dich beten dass du den Weg findest die Wahrheit und das Leben und das ist nur in Jesus und ich möchte euch das sagen was wir unseren Leuten erzählen und wir sagen schaut ihr euch und sucht ihr den Messias wer ist der größte Jude der jemals gelebt hat wer ist der größte Rabbi der jemals gelebt hat der größte Rabbi der jemals gelebt hat wer ist der größte Rabbi der jemals gelebt hat der größte Sabra der Israeli der jemals gelebt hat wer ist der größte Mensch die Menschlichkeit die jemals gelebt hat hier auf Erde es gibt nur einen und wer auch immer du bist egal was deine Frage ist gerade jetzt gerade jetzt du bist eine Stunde näher zu dying eine Stunde näher zu deinem Tod als vor einer Stunde und es gibt nur einen Mensch in der ganzen Geschichte den Tod überwunden hat er ist der einzige Mensch die eine Antwort zu diesem Problem des Todes hat er ist der einzige Arzt der eine Lösung eine Salbei für diesen Tod hat er ist der beste Arzt der Welt aber die besten Ärzte dieser Welt können den Tod nicht von dir nehmen nur Arzt Jesus und ich möchte für dich beten dass du dein Herz gerade jetzt öffnest und dass du diese Entscheidung kennst und wenn irgendjemand da ist und du sagst wie ich bin du weißt dass Jesus die Wahrheit ist aber du hast bis an bist du nicht bereit gewesen den Preis dafür zu zahlen wirklich alles aufzugeben und ihm zu folgen ich möchte sagen es gibt keinen anderen Weg es gibt nur einen Weg gib alles auf was du hast und folge ihm nach und vertraue mir er gibt dir millionenfach zurück und ich möchte für diese Menschen hier beten dass du das findest die Liebe Gottes die Vergebung der Sünden dass du dieses ewige Leben findest und dass du eine Bestimmung für dein Leben findest in Jesus und dass du es nur auf einem Weg erfahren kannst er ist die Autorität er ist der Herr und du hast dich unter seiner Herrschaft zu demütigen und ich bete für jeden hier heute Abend dass ihr das gerade jetzt empfangen und wenn du das möchtest dass ich für euch in eine spezielle Art und Weise noch beten kann wenn ich speziell dafür jetzt für dich beten kann dann bitte ich dass du deine Hände erhebst wenn du dieses Gebet der Herrschaft Gottes empfangen möchtest hallelujah dass ich euch sehen dass ich diese Hände sehen kann ich bete für jeden der hier ist für Jesus dass er der Herr deines Lebens dass er keinen Preis gibt alles einfach alles gehört ihm und folge ihm nach was immer es auch ist keine Entschuldigungen mehr es gibt keinen Preis es gibt keinen Kompromiss es gibt keinen Kompromiss er ist der Herr er ist der Herr er ist der Herr er ist der Herr über allem er ist der Herr über jedem Detail in deinem Leben weil er das Beste für dich und dein Leben möchte und Vater wir beten für Jesus dass er wirklich Herr ist für jede Person hier über jeden Christ hier auch in der Schweiz auch über jeden Christ in dem deutschsprachigen Raum und wir danken dir für das und wir deklarieren Gott heute Jeshua Adon Jeshua Adon und Jeshua Adonai Jeshua Adonai Halleluja in his name we pray Amen, Amen Amen, Amen Thank you dear friends Hallelujah Hallelujah Thank you Thank you Asher with all of our heart Amen Die gute Nachricht es ist erst neun Aber die noch bessere Nachricht wir haben eine Ruhe verdient auch nach diesem Tag wir bitten, dass der Heilige Geist uns diesen Siegel gibt dass werden wir schlafen und werden wir in ihm ruhen und jetzt auch noch Gemeinschaft haben dass wir spüren wie die Hand Gottes auf uns ist und ich möchte einfach noch sagen I want to say yes we want to Asher you want to we want the new partnership that has been established for such a time as this es gibt immer eine grössere Offenbarung there is always a bigger revelation and the plan is getting more beautiful und wir haben etwas gespürt von einem Plan Gottes heute Abend der wunderbar riecht von einem Designer der so etwas Wunderbares erschafft und wir wollen uns in diesen Plan Gottes verlieben wenn wir ihn lieben werden wir alles lieben was von ihm kommt auch wenn es nicht einfach ist aber alles was aus ihm kommt ist gut und wir danken dir von Herzen wie du uns gedient hast deine Demut dass du wir werden dieses Bild nicht vergessen dass du um dieses Gebet gebeten hast und um die Fülle von unserer Herrlichkeit gerungen hast und wir wissen dass es aus einem reinen Herz gekommen ist und ich weiß auch unsere Sicht wir wollen für die Fülle nicht einfach für Israel als Land beten wir möchten für eure Fülle beten über diesen Remnant dass ihr dieser weniger als ein Prozent die ihr seid dass ihr nochmal ganz neu den Schutz der Geschwisterlichkeit erfahrt und ihr sagt ihr seid nicht allein an diesem Tisch wir dürfen und danke dass ihr den Tisch aufgemacht habt an diesem Tisch des Abrahams und wir wollen an diesen Tisch immer wieder kommen und sagen wir sind eine Familie wir gehören zusammen ich danke dir Heiliger Geist dass das nicht eine politische Allianz ist sondern dass das geboren ist aus deinem Herzen und dass es Leben drin hat und dass dein Blut darin pulsiert und genau dieses Blut Zeugnis gibt von diesem König von diesem König der Juden diesem König Israels und gleichzeitig der Herr der Gemeinde danke vielmal für dieses Haupt den wir jetzt anbeten und mit dem wir jetzt auch in dieser Nacht hineingehen mögt das Sound dieses Vaters während wir schlafen über uns singen möge auch alles was wir jetzt gehört haben in diesen Tagen nochmals in uns bewegt werden und zum Leben kommen und zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit den richtigen Menschen und Gegenüber hervorkommen und zum Segen werden danke dass du alles verstoffwechselst und alles zum Leben in uns wird zu seiner Zeit im Namen dieses dreieinigen Gottes Amen Danke dem Livestream fürs Zuschauen Herr segne euch danke den Hörerinnen und Hörern von Radio Maria fürs Mithören euch allen die hier wart an diesem Abend der Herr mit euch gönnt mit dem Sagen von dem wunderbaren Gott Amen Amen